Ich versuche über den Begriff All Electric Society oder kurz All Electric zu sprechen. Was ist damit gemeint? Es geht darum, dass unsere Gebäude zum größten Teil fossil beheizt werden. Unser Verkehr läuft fossil, die Industrie fossil. Nur beim Strom sind wir ganz gut mit erneuerbaren Energien. Und jetzt in einer All Electric Zukunft läuft alles über den Ökostrom. Also ich habe Ökostrom und heize damit meine Gebäude und bin damit raus aus dem Fossil. Zum Beispiel mit Ökostrom fährt Auto und Bahn, nee Fahrrad nicht, aber mit Ökostrom erzeuge ich den Wasserstoff, mit dem dein Schiff und Flugzeuge fahren. Damit kriege ich den ganzen Verkehr frei von fossilen Energieträgern. Auch die Industrie kann Stahl zum Beispiel mit Wasserstoff aus Ökostrom erzeugen. Das wäre die Idee. Also komplett mit Ökostrom, Geothermie oder Holz ist nicht verboten, aber das ist der Schwerpunkt dessen wird Ökostrom. Gut, was wir nicht vergessen dürfen, natürlich mehr effizient. Wir werden nicht mehr allein in diesem E-Auto sitzen. Das wird es auch noch brauchen. Das hat auch nichts damit zu tun. Aber was wir an Energie verbrauchen, All Electric. Erste Alternative wäre einfach wieder zurück zur Pferdekutsche. Ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber okay. Und die zweite Alternative, ja, da bin ich schon überfragt. Also ich wüsste nichts. Vielleicht hat jemand eine tolle Idee. Deswegen vermute ich schon, es geht in die Richtung. Das ist nicht total Science Fiction. Schon hier 2009 gab es die Idee, wir holen uns vor allem Wind und Sonne aus der Wüste von weit weg. Geothermie, Biomasse, Wasserkraft nicht verboten, aber das da oben sind die Schwerpunkte. Wichtig ist ein intelligentes Netz. Irgendwo scheint immer die Sonne. Energie speichern ist wichtig, am wichtigsten ist aber das Netz. Diese Linien da, die durch das Meer scheinen zu irritieren, aber das gibt es jetzt schon. Das ist auch kein völliges Science Fiction. Mit Gleichspannungs-Hochspannungsübertragungen kann ich da über das Meer gehen. Das kann sich ausbauen. Was ist, wenn nichts scheint? Naja, ich kann Energie auch speichern, zum Beispiel mit Wasserstoff. Das ist dann aber hier teuer. Teuer heißt auch wieder, ich drossel. Also speichern und drosseln sind so die Kerndinge. Mein Auto kann speichern, das warme Wasser in meiner Heizung, da kann ich mit viel Wasser, kann ich viel Energie speichern. Es wird nicht einfach, aber es ist keine Zauberei. Die Herausforderung ist aber schon riesig, wenn ich hier, das sind ein bisschen alte Zahlen. Aber es bedeutet ja, dass hier Wind und Solar, dieser kleine Anteil soll in so ein paar Jahrzehnten das hier alles ersetzen. Möglichst weitgehend, mit Effizienz ein bisschen sparen. Und das ist nicht einfach. Ich persönlich denke, mein Gefühl, könnte schon gehen. Wäre doch irgendwie peinlich, wenn wir 2050 zum Mars fliegen mit Menschen, aber jetzt irgendwie keine Windräder bauen können und hier nicht wesentlich weiterkommen. Also mein Gefühl, nicht machbar. Könnte werden. Auch weil ich ja merke, diese Balkonsolar-Dinger, die wird immer billiger. Wir bleiben ja nicht stehen, wo wir jetzt sind. Mit Wind und Solar, irgendwann ist der hinterhergeschmisste Ökostrom. Ich höre ständig so einen Blödsinn, wo soll der ganze Strom herkommen. Wichtig ist, das ist auch nur ein Bauchgefühl. Also das ist Bauchgefühl. Interessant ist, was zum Beispiel Leute vom Fraunhofer-Institut sagen, Ingenieure, Wissenschaftler und sowas. Also die Frage von dem Video, was ist All Electric, habe ich hoffentlich versucht zu beantworten. Die Frage, wann sind wir soweit? Ist es realistisch erst in 1000 Jahren oder schon in 20 Jahren? Die weiß ich auch nicht, weil von diesem Video, das ist ja auch nur Bauchgefühl, Idealo, Mars-Bildchen und so weiter. Das heißt, wer sich selber ein Bild machen möchte, wann ist es realistischerweise soweit? Er sucht zitierfähige Quellen, nicht die Bild-Zeitung, sondern etwas auf dem Niveau von diesem Institut. Und dann darf jeder mal selber schauen. Das wird spannend. Und wird